und nun ein schuss der ball sie wollten den champions total natürlich gewinnen aber derzeit der moment spricht nicht wirklich viel für sie wäre das ein comeback wenn sie hier doch noch weiter kommen schauen wir dieses kuriosen tor noch mal an auch wenn es wehtut kann er sieht er ganz schlecht aus der torhüter spielt den ball den gegner genau in den fuß was für ein bock herrlich gemacht wunderbar ins eck